Hier, das ist das jetzt nämlich. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Achso, das ist... Da seht ihr. Das zerbricht unfassbar schnell, wenn man da noch drauf hüpft. So wie ich das sehe, haben wir hier wieder eine ganz schöne Todesfalle. So wie ich jetzt da links hinkomme, ohne in diese Todesfalle zu treten. Shit, und das da links ist auch noch... Oh, wie gemein ist das denn? Ah, okay. Die kann ich einfach so. Ich dachte schon, dafür bräuchte ich jetzt irgendwie deinen Hammer oder sowas. Das ist nur ganz normales Holz. Boah, seht ihr, wie sich die Schleime da unten tümmeln? Jetzt bin ich in einer Perz-Situation. Oh, diese Schuhe haben mir das Leben gerettet. Oh, diese komischen Krallen, die ich da hab. Okay, okay. Nein! Ah, da hat er mich da reingeschubst. Ich hasse Eis. Ohohohoho. Hm. Puh, na gut. Bitteschön. 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 Na gut. So. Da können wir uns aber jetzt mal... ...ordentlich aufrüsten. Äh, Moment. Da wollte ich doch noch. Das nehm ich mir und das. Das packe ich ein. Das brauch ich alles nicht hier. Okay. Die Eiskiste kommt hier hin. Die Eiskiste packe ich jetzt erstmal alle Tränke, die ich nicht brauche, so. Also Tränke kommt da rein. Hier kommt das unnützliche Zeug rein. Hier packe ich mal... Na, Moment. Erstmal wird geschmiedet. Aha. Sehr gut. Alles klar. Auf zum Amboss. Was können wir jetzt machen? Äh, genau. Das ist Blei. Wo ist Wolfram? Wolfram Breitschwert zwölf Schaden und das Blei. Wolfram Breitschwert elf Schaden. Okay, Wolfram Breitschwert. Da. Scharf. Bloß 17% Schaden. Sehr schön. Ähm... Shit, von Blei kann ich nur eins machen. Okay, dann machen wir das mal so. Blei Spitzhacke. Blei Axt. Bleihammer. Und Kupferrüstung. Und Kupferhelm. Gut. Ich denke, das war so eigentlich ganz in Ordnung. Das kommt da rein, das kommt da rein. So. 14 Schaden. Acht Schaden. Magischer Schaden. Das ist für Magie. Also für den Gyroll. Eisboomerang. Acht Zählschaden. Der fegt aber halt langsam. Extrem starker Rückstoß. Okay, die nehme ich mir natürlich auch mit. Eiswackeln packe ich erst mal hier rein. So. Hier, du kannst meine Kupfersachen haben. Bitteschön. 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 Hast du etwas, das ich haben will, oder? Vier Gold, ah Mist. Okay, das kann doch noch dauern. Aber das Sparschwellen wäre vielleicht eine Idee. Ja, komm. Dann rein damit. Jetzt sind wir schon mal besser ausgerüstet. Das bedeutet, wir könnten uns jetzt mal in die Wüste wagen, oder? Jetzt sind wir schon mal in die Wüste wagen. Ha 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 ha. Erwischt. Terraria. Ich brauche unbedingt noch diese, diese Turbo-Schuhe. Die Hermes-Stiefel. Wilhelm CBG ließ sich den Kopf wegreißen Von blauer Schleim Oh, wovon? Das ist aber auch neu, oder? Dass es da steht Also da stand sonst nur Ließ ich den Kopf wegreißen Oder ließ ich zu Hackfleisch verarbeiten und so weiter Aber da stand nichts Von wem das war Ja, hahaha Jetzt macht er hier nichts mehr Okay, das ist ein Ameisenhügel Ameisenloch oder Hornisennest Oder was auch immer Da will ich nicht rein Das wird schön zugemauert Skorpion Ah gut, hier ist die Wüste wieder vorbei Das ist sehr gut Oh, eine Kiste Eine Kiste, eine Kiste Nur für mich Da kommt er Aua So, die Kiste nehme ich mir auch mal mit Kisten können wir ja eigentlich immer mal gebrauchen Oh nein, noch eine Wüste Das ist doch nicht wahr, oder? Warum haben wir hier zwei Wüsten nebeneinander? Oh oh Ja, nicht mit mir Okay, war auch nur eine kleine Wüste Ich hatte schon gehofft Jetzt mal einen Tempel zu finden Ah, dafür haben wir hier direkt den Dschungel Oh Mann Ein Übel nach dem Anderen Oh, was ist das denn da? Ich weiß nicht Auf jeden Fall hat das viel mit Wasser zu tun Das gefällt mir nicht Das gefällt mir überhaupt nicht Hier in dem Dschungel rumzulaufen Wobei der Hard-Mode-Dschungel ja erst das Übel aller Übel ist Diese Fledermäuse ist auch schon nicht ohne Ich muss hier weg Oh, ein Piranha ist auch noch Oh, ich komme nach dem Dschungel wieder irgendwas Gutes Nein, die Fledermaus Okay, Heilung Aua Na komm her Oh, du bist aber unterwegs Aua, Aua, Aua Das gefällt mir nicht Ich weiß schon, warum ich den Dschungel nicht mag Das ist absolut berechtigt Ich glaube, niemand mag den Dschungel Könnte nicht tauchen Das ist aber schade Boah, was bin ich hier denn Endlich raus Nein Aua Oh nein, ich habe hier noch gar keinen Hook Ich muss hier weg Tschüssi Boah, warum geht der denn so ewig Oh nein, ich habe hier noch gar keinen Hook Puh, na komm Das kann einfach nicht wahr sein. Ups. Ach komm. Wenn wir schon hier sind. Alles oder nichts. Das sind direkt zwei Kisten. Das mitnehmen. Wolfram nehmen wir auch noch mal mit. Das sind nur normale Schleims. Kein Grund zur Furcht. Das hier ist eindeutig ein Geschenk. Alles her damit. Wolfram und Kupfer. Oh. 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 Was habe ich auch für ein Glück heute. So. Erstmal das hier kann ich mir anlegen. Okay. Okay. Das kann ich auch anlegen. Ziehe ich mir erstmal alles an. Eisenhautdrank. Flinkheitstrank. Wiederbelebungsdrank. Und noch einen Kronleuchter. Warum nicht? Ich sehe echt eine Menge Kupfer. So habe ich da was, um mich hochzubauen. Da Schlammblöcke. Da. Alles her können wir gut gebrauchen. Alles her. Okay. Okay. Jetzt hole ich mir auch noch. So. Ist auch. Nein. Oh. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe Böse So Jetzt wird es bestimmt spannend Mal sehen, was hier unten so ist Okay, da geht es noch tief weiter Vielen Dank Bis zum nächsten Mal